Was war das bitte für eine peinliche Aktion von Kevin Kampel? RB Leipzig holt im Elfmeterschießen gegen den SC Freiburg den DFB-Pokal. Natürlich freuen sich die Leipziger. Aber dann dieses Foto im Netz. Kampel schüttet den Energy Drink in den DFB-Pokal. Das ist doch echt an Peinlichkeit kaum zu überbieten, oder? Wie seht ihr das? Plus weg für mehr Fußball.